Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir darüber, wie eine Beziehungspause oder eine Beziehungsauszeit vielleicht die beste Rettung für eure Partnerschaft sein kann. Wenn du dieses Video schaust, bist du vielleicht gerade an einem Punkt in deiner Beziehung oder in deiner Beziehungssituation, wo du das Gefühl hast, wir sind festgefahren. Es geht einfach nicht weiter, nicht vor und zurück und immer wieder landen wir in dem Gleichen. Dann möchte ich dich an der Stelle erstmal beruhigen. Das ist gut. Das ist natürlich nicht gut in der Praxis, in der Praxis fühlt sich das furchtbar an. Aber professionell von der Seite betrachtet, ist es ein sehr gesunder Punkt, wo ihr an eurer Beziehung angelangt. Denn ihr seid jetzt quasi durch diese ganze Verliebtheitsphase durch, durch all die Höhen und Tiefen und ihr seid endlich da an dem Nadelöhr, steht ja quasi. Und dieses Nadelöhr fühlt sich für die meisten an wie das Ende. Ja, hier kommen wir nicht mehr durch. Aber wenn ihr durch dieses Nadelöhr kommt, kann sich dahinter eine komplett neue Beziehungswelt für euch öffnen. Das heißt, oft ist genau dieser Punkt, wo es so eng wird und sagt, hier geht es nicht weiter. Wenn ihr da durchkommt, kann eure Beziehung so sehr an Tiefe gewinnen. Also das als allererstes, dass du ein bisschen Motivation tankst, nicht aufzugehen an der jetzigen Stelle. Die andere Seite des Ganzen natürlich, es ist furchtbar. Dieser Punkt in der Beziehung ist furchtbar. Es laugt aus, es schmerzt, man fühlt sich ohnmächtig, hilflos und es ist grausam. Beide Seiten existieren in dieser Situation. Dennoch würde ich dir bloß davon abraten, jetzt aufzugeben. Du bist gerade an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, wo du eine große Chance hast. Sei dir dessen bewusst. Du wirst nur wahrscheinlich den Fehler machen, den die meisten machen an dieser Stelle. Sie versuchen es irgendwie miteinander hinzukriegen. Dafür muss dir aber klar sein. Dieses Nadelöhr, vor dem ihr steht, ist kein Nadelöhr, wo ihr quasi gemeinsam vorsteht. Sondern quasi ihr seid beide separat in eurem Leben genau an diesem Nadelöhr. Das ist das Nadelöhr eures eigenen Lebens, eures eigenen Entwicklungsprozesses. Und manchmal kann es so sein, dass wir die ganze Zeit versuchen, uns gemeinsam da durchzuquetschen, dass deswegen das Nadelöhr zu klein ist. Es ist letztendlich so, dass wir vielleicht alleine dort durch müssen. Und das ist auch so wichtig nachzuvollziehen. Eine Beziehung hat sehr, sehr viel damit zu tun, alleine an der Partnerschaft zu arbeiten. Beziehungsweise mit sich selbst sich auseinanderzusetzen. Und im zweiten Teil kann man natürlich den Partner auch mit einbeziehen und so weiter. Aber letztendlich ist eine Beziehung oder eine Beziehung konfrontiert uns mit unserem eigenen Entwicklungsprozess. Wenn Paare dann an so einer Stelle landen, wo sie sagen, es geht hier einfach nicht weiter, dann haben sie immer die Tendenz, entweder sich da weiter durchzuquetschen oder es komplett für immer abzubrechen und irgendwo anders ihre Zelte aufzuschlagen. Beides ist nicht so sinnvoll, sondern es gibt einen Zwischenweg. Und auf den will ich dich heute aufmerksam machen. Wenn ihr da die ganze Zeit in diesem Nadelöhr seid und versucht irgendwie immer für die gleichen Konflikte irgendwie eine Lösung zu finden und ihr packt es einfach nicht, kann es total gut sein, euch mal eine Pause voneinander zu gönnen. Eine Pause mit klaren Absprachen und klaren Regeln. Also nicht vorwegen, dann schauen wir uns mal um in dieser Pause, sondern einfach abgesprochen für diesen Zeitraum hat jeder Platz für sich. Vielleicht geht ihr ja auch mal in getrennte Wohnung oder was auch immer. Wo ihr Zeit habt, mal euch zu erholen. Denn das ist das andere. Viele Paare laugen so aus, indem sie die ganze Zeit versuchen, miteinander irgendwie durch dieses Nadelöhr zu kommen und haben gar keine Zeit, sich mal wirklich zu erholen. Und dadurch landen sie auch immer super schnell wieder in diesen krassen Konflikten, weil sie keine Pause bekommen. Das heißt, es ist total gut, wenn beide in diesem Abschnitt, in dieser Beziehung Zeit haben, sich zurückzuziehen. Hier ist es auch wichtig, es gibt auch viele schöne Modelle über die Abschnitte einer Partnerschaft. Und dieser Abschnitt ist eigentlich der zweite in einer Partnerschaft, gleich nach der Verliebtheitsphase. Nämlich hier ist in dieser Phase tauchen nämlich all die Unterschiedlichkeiten auf und all die Illusionen werden einem geraubt. Nämlich, dass der andere endlich einem vielleicht das gibt, was man so gerne hätte. Dass man endlich dieses Glück bekommt, dass man endlich ankommt oder was auch immer. All das wird gecrashed in diesem zweiten Teil. Und dann verlieren sich die meisten Paare in diesem Kampf, doch das noch zu bekommen von dem anderen. Aber da gilt es, aufzuhören. Sondern erst mal sich wieder auf sich selbst zu fokussieren. Und dann ist es so, dass du schauen kannst, okay, was ist meine Not, die ich hier drin eigentlich erlebe? Was ist das, wonach ich mir eigentlich sehe? Was hat das alles mit mir zu tun? Welche Gefühle erlebe ich darin? Was brauche ich eigentlich? Wie kann ich mir selber vielleicht gerade das geben, was ich so sehr von dem anderen einfordere? Und was mache ich hier eigentlich überhaupt? Das heißt, so einen Abstand, so eine Beziehungspause gibt dir überhaupt mal die Ruhe von außen, mal auf das Ganze zu blicken und zu gucken, wo haben wir uns hier eigentlich festgefahren? Was tue ich vielleicht auch permanent dem anderen an? Dann hat man vielleicht erst mal einen Blick darauf, was man selbst dazu beiträgt, dass wir immer wieder in diese Schwierigkeiten bekommen. Und dann gilt es natürlich wieder, bei seinen eigenen Themen zu schauen. Was begegnet mir aus meiner eigenen Biografie, von meinen eigenen Themen in diesem Konflikt? Und das zu reflektieren und anzuschauen. Und am Optimalfall macht der andere das Gleiche. Und überhaupt mal selbst sich zu versorgen, sich selbst Liebe zu schenken in diesem Moment, selbst für sich da zu sein, sich selbst mal diese Ruhe zu erlauben. Und diese Beziehungspause ist aber für viele Paare sehr, sehr schwierig, weil dann natürlich genau das Pendant getriggert wird, nämlich sie haben dann auf einmal Angst, den anderen endgültig zu verlieren. Das heißt, da ist dieses Spielchen von ich kann nicht mit dir, aber ich kann auch nicht ohne dich. Aber da ist genau dieser Entwicklungsprozess, man eine Zeit lang ohne den anderen zu sein und überhaupt bei sich selbst aufzuräumen, bei sich selbst klarzukommen. Das andere, was natürlich hilfreich sein kann, in diesem Moment, sich unterstützen zu lassen. Nicht unterstützen mit jemandem, der irgendwie als Vermittler dient und wo ihr einfach mal eure Probleme aussprechen könntet, sondern jemand, der euch unterstützt, die Ursprungsthemen anzuschauen, die hinter euren Konflikten steckt. Also welche kindlichen Dynamiken zeigen sich jetzt gerade in dieser Situation, in der ihr so feststeckt und euch daran begleitet, die zu bearbeiten. Weil das ist das Spannende. Je mehr sich die lösen, desto leichter wird es vorne. Und irgendwann rutscht ihr durch dieses Nadelöhr. Und was das in der Praxis bedeutet, ist, ihr entwickelt die Fähigkeit, nicht mehr von dem anderen etwas einzufordern, was ihr euch nun selbst geben könnt. Und ihr entwickelt die Fähigkeit, den anderen in seiner Andersartigkeit zu lieben. Nicht mit dem anderen zu versuchen, irgendeine Liebe nachzuholen, die vielleicht früher im Leben gefehlt hat, sondern den anderen als den Menschen, der er ist oder der sie ist, zu lieben. Und dann beginnt überhaupt eine erwachsene, reife Partnerschaft, wo wir einsehen, ich muss den anderen nicht immer mögen, um ihn auf einer tieferen Ebene lieben zu können. Es gibt Sachen, die dürfen mir so auf die Nerven gehen an dem anderen. Aber dennoch kann ich ihn weiterhin lieben. Und auf dieser Ebene kann man sich dann neu begegnen. Und dann vertieft sich die Liebe. Dann bekommt ihr eine viel, viel tiefere Ebene, eine viel größere Festigkeit, wenn ihr es schafft, durch diese Schwierigkeiten durchzugehen. Also, und was ich dich jetzt zusammengefasst auffordern will, ist, probiert das aus. Probiert zum Beispiel eine Pause aus. Probiert eine Auszeit auf, für einen bestimmten Zeitrahmen. Und dann spürt ihr euch rein, wenn ihr wieder den Impuls habt, in Kontakt zu gehen. Und wenn ihr merkt, es war zu früh, dann geht noch länger in Pause. Aber versucht euch mal, für einen Zeitrahmen das Commitment zu setzen, dass ihr es miteinander schaffen wollt. Nicht, wir gucken, ob das mit uns passt, sondern wir setzen uns eine Deadline von mindestens einem halben Jahr, ziehen wir das gemeinsam durch. Komm mal, was wolle. Halbes Jahr lang wird diese Beziehung nicht in Frage gestellt. Und in der Phase könnt ihr alles miteinander testen und euch ausprobieren. Ihr müsst auch entdecken, was ist euer Weg in einer Beziehung. Es gibt nicht das Allheilmittel für Partnerschaften. Mach erst A, dann B, dann C und dann landest du bei D. Nein, sondern jeder Mensch, jede Partnerschaft muss ihren eigenen individuellen Weg finden. Und das, was für Paar A funktioniert hat, muss für euch nicht funktionieren, sondern ihr müsst euer eigenes entdecken. Und dafür müsst ihr euch Zeit geben, eurer Beziehung Zeit geben, euren Partner Zeit geben, aber besonders euch selber Zeit geben. Deswegen kann es manchmal das Allerwichtigste sein, sich ein bisschen Abstand und Distanz zu gönnen, um sich näher zu kommen, als jemals zuvor. Und das andere ist, ich will dich nochmal beruhigen, es ist so normal, in dieser Situation zu stecken. Es ist so normal. Andere machen eher den Fehler, dass sie sich die ganze Zeit um das herum schlängeln und irgendwie so eine Pseudo-Harmonie-Beziehung führen. Das ist viel, viel schlimmer in meinen Augen, als dass ihr euch genau damit konfrontiert. Also habt davor keine Angst. Stellt euch damit nicht in Frage, sondern seht es als Teil eurer Entwicklungsstufe und öffnet euch dafür, dass es einen nächsten Weg geben kann. Und hier ist das Wichtigste, was ich dir noch an die Hand geben will. Hab Vertrauen. Ob ich jetzt auf mein eigenes Leben, auf meine eigene Partnerschaft schaue oder auf die von etlichen Klienten, die ich begleiten durfte. Wir dürfen vertrauen, denn irgendwie ist es so, dass das Leben immer regelt. Immer wieder zeigen sich neue Wege. Immer wieder öffnen sich neue Türen. In den Momenten, wo wir glauben, es geht nicht weiter. In den Momenten, wo wir uns am ohnmächtigsten, am hilflosesten fühlen, ist es nicht das Ende. Sondern manchmal ist es einfach wichtig, die Fähigkeit zu entwickeln, die Phasen des Stillstandes auszuhalten, solange bis sich eine neue Tür öffnet. Diese Ohnmacht auszuhalten, bis sich eine neue Tür öffnet. Und ich schwöre dir, es öffnet sich eine neue Tür. Egal wie aussichtslos es gerade erscheinen mag. Sehr gut. Und vielleicht, für die Überleitung jetzt, ist ja die nächste Tür, die sich öffnet, dass du die Unterstützung suchst. Also, dass wir vielleicht in einem Coaching gemeinsam genau an diesem Nadelöhr arbeiten. dass ich dich vielleicht alleine oder dich und deinen Partner begleite in dieser Situation. Vielleicht ist genau das dieses Türchen, auf was du schon so lange wartest. Denn das ist in meinen Augen der leichteste und schnellste Weg. Wenn du jemanden hast, der dich professionell darin unterstützt, natürlich kommst du dann viel schneller durch diese ganzen Sachen durch. Wenn du da denkst, okay, das möchte ich mir gerne mal anschauen, kannst du dich einfach eintragen für ein kostenloses Erstgespräch, wo du alle Informationen zum Coaching bekommst, all deine Fragen zum Coaching stellen kannst, wo du schon mal eine erste Einschätzung für deine Situation bekommst und dann arbeiten wir vielleicht ganz bald persönlich in deinem Coaching an deinem Thema und lernen uns persönlich kennen. Ansonsten abonniere gerne diesen Kanal, dass du kein künftiges Video verpasst. Ich spreche sehr viel noch über weitere Partnerschaftsthemen, wie ihr mit Konflikten umgeht und so weiter. Schau dich um. Es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte Videos auf diesem Kanal für fast jedes Thema, was in Partnerschaften sein kann. Ansonsten teile dieses Video gerne auch mit Paaren, die vielleicht gerade selbst an so einem Punkt stehen und sich denken, wie soll ich da nur rauskommen und vielleicht ein bisschen Ermutigung und ein paar neue Blickwinkel oder Lösungswege brauchen. Und wie gesagt, abonniere den Kanal, wenn du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns wie immer in der nächsten Woche im nächsten Video. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Dein Emanuel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.